Nach einem Monat Lockdown werden ab heute die Corona-Maßnahmen in Deutschland ein wenig gelockert. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt. So dürfen etwa Geschäfte mit einer Fläche unter 800 Quadratmeter wieder öffnen. Ebenso alle Buchläden, Fahrrad- und Autohändler, unabhängig von der Größe. Allerdings sind die Einzelheiten je nach Branche und Bundesland unterschiedlich. In Berlin und Brandenburg etwa können Kunden erst ab Mittwoch wieder in die bislang geschlossenen Geschäfte. In einigen Bundesländern müssen auch die Schüler der Abschlussklassen jetzt wieder in die Schule. Wann es für die anderen Schüler und auch in Kindergärten wieder losgeht, ist noch ungewiss. Weiter bestehen bleiben die strikten Kontakt- und Abstandsregeln. Außerdem gilt in ganz Sachsen ab heute Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und Bahnen. Die Bundesregierung belässt es vorerst bei ihrer dringenden Empfehlung, in der Öffentlichkeit einen solchen Mundschutz zu tragen. Die Wirtschaft fordert derweil klare Pläne für weitere Lockerungen. Besonders Branchen wie dem Gastgewerbe etwa fehle eine Perspektive, heißt es. Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband stehen 70.000 Hotel- und Gastronomiebetriebe vor der Insolvenz.